We are no turn away now, we are the warriors that build this town We know more about this? I'm dumb, I know Actually lagts by me Bei mir lagts ja gar nichts Ja ich hau meinen Shader raus Bei Dings ist das eh scheiße Also auf jeden Fall geht es um eine Fight Night Die auf dem Server stattfinden wird Und zwar nämlich am 13.06.2015 Auf dem ARIN-Server Hier auf www.blog.de Ihr müsst euch dazu Um an dieser Fight Night teilzunehmen Müsst ihr im Forum Da wird jetzt ein Link in der Beschreibung sein Und hier eingeblendet Ja genau, eingeblendet auch Der zu dem Forumbeitrag von mir führt Indem ihr euch mit einer Antwort darunter Bewerben müsst Ihr müsst folgende Sachen dabei beachten Also es wird nochmal in dem Forumbeitrag erwähnt Was da alles beachtet werden muss Ihr müsst mindestens zu dritt sein Ihr könnt euch aber allerdings auch alleine anmelden Dann werdet ihr halt einem Team zugewiesen Was zu wenig Spieler hat Sozusagen so auffüllen Weil seit der letzten Fight Night Es ist so, dass ich es nicht mehr mag Gegen Einzelleute zu kämpfen Die dann behaupten Nee, unfair Ihr seid zu viele und bekommt deswegen ein besseres Wargear Zum Beispiel 45 gegen 35 Das geht nicht, ja Ja, das brauche ich echt nicht nochmal Deswegen tue ich das diesmal mit Finn leiten Diese Fight Night Und ich tue mal Abstauben Launen, Abstauben Yeah Jetzt musst du das zensieren Malte Nö Scheiße, wow Da hat er kurz Double Hit gehabt Nein Ja, auf jeden Fall Müsst ihr mindestens zu dritt sein Ich bin da auch schon mal gelaufen Sorry, ich unterbreche dich Ja Müsst ihr mindestens zu dritt sein Also, oder halt alleine Und es wird nach dem PP Pro und nach dem PP Standard Nach der PP Standard Klasse gespielt Ähm 45er mit Absicht nicht, weil das wäre zu viel Ah, wir abgestaubt Das wäre zu viel Unterschied bei den Warges Das würde zu Komplikationen führen Ja, man müsste auch eigentlich rumrechnen Wer jetzt wie gewonnen hat und so Genau Also wenn man nämlich 540er gegen 35er machen würde es irgendwann so sein Dass 35er gegen 45er kämpfen muss Weil es kein anderes Team mehr gibt, was 35er hat Ja Und mit PP Pro und Standard ist das halt halbwegs ausgeglichen Ja, dräng mich in die Ecke rein Ich bin der Schubskreis hier Aus einem Mann Schubskreis aus einem Mann immer gut Genau Oh, Launen, nein, nein Was, was, ich hab dich nicht einmal getroffen von Minecraft Ui So, Launen brennt erstmal Ich brenne für dich Sag mal, brennst du? Nein, keine Schleichwerbung Product Placement Nein Ne, also auf jeden Fall Schaut im Forum vorbei Da wird nochmal alles angegeben Bis jetzt hat sich nur der Launen registriert Genau Aber das Team HW wird auch kommen Also Hell Warriors Ähm Ich werde nicht mitkämpfen an der Seite von Hell Warriors Weil sonst wäre ich ja parteiisch Wenn ich bei denen mitkämpfen würde Geiler Snipe Ähm Schnauze Äh Äh Und ja, der Finn macht auch bei keinem WarGefight mit Und ich weiß es noch nicht Also ich Es kommt auch an Also ja Ich weiß nicht ob René mit mir äh mitmachen will Ich weiß es nicht Ja Nein, jetzt hat er einen Yolo Ball, genau Scheiße! Was? Ja Und ja Wie lange es dauert kann ich jetzt noch nicht sagen Ähm Ja Bis jetzt, wenn wir jetzt alle Teams einberechnen bis 19 Uhr Gibt ja auch nur zwei Teams Ja Ne Von daher Mh Kann man das jetzt noch nicht voraussagen Ja Ne Oh, ich habe die ganze Zeit F3 angehabt Das tut mir furchtbar leid Ähm Naja, okay Ich glaube das war es auch schon ne Von den Infos her Ansonsten steht nochmal alles in der Beschreibung Was ihr wissen müsst Und natürlich die Links Und was ihr eben angebenannt habt Auch nochmal Und ja Dann schaut am besten einfach mal auf dem zweiten Kanal schon mal vorbei Weil da sind schon ein paar WarGefights Und ähm ein paar Q3 Let's Play Ähm Da kommt übrigens heute nochmal eine neue Folge raus Jetzt gleich Ja Und dann war es das Wir hoffen es hat euch gefallen Und bis dann Wir sehen uns in einem anderen Video wieder Ciao Bis Bis dann